Umsatzklub 2.0 Erfahrungen, Umsatzklub von Dominik Estel und Sascha Mende. Ja, hallo, Thomas Klußmann hier und ich möchte euch heute kurz und knackig einen kleinen Einblick in diesen genialen Klub oder Kurs geben. Und es ist der Hammer, hier gibt es eigentlich auch ein Live-Coaching dazu. Und ich möchte einmal kurz hier anklicken, bevor ich da reingehe. Jeden Dienstag um 18.30 Uhr werden zurzeit Live-Coachings abgehalten. Und diese kannst du dann auch, wie du siehst, als Aufzeichnung dir anschauen, wenn du das nicht bekommst. Also es ist im Endeffekt, dort bekommst du Sales-Tricks und wie man verkauft. Und ja, bevor es überhaupt in dem Kurs losgeht, wollte ich dir das mal zeigen. Und dann gibt es auch noch eine WhatsApp-Gruppe, wo du Fragen zum Verkaufen und alles, was rund ums Geldverdienen auf Social Media quasi relevant ist, bekommst. Ja, und wir gehen jetzt mal einfach in den Kurs rein. und dann zeige ich euch mal eben kurz das Innenleben vom Umsatz-Club. Ja, es gibt insgesamt 41 Lektionen. Und ja, hier kann man auch übrigens zum Live-Coaching ran, wie ich, was ich eben sagte. Und zwar gibt es 17 Lektionen alleine über Mindset, was sehr unterschätzt wird meistens. Wie gesagt, ich klicke das mal kurz an. Das sind dann auch jede Menge Videos, die muss ich mir auch noch teilweise anschauen. Und es ist für jeden was dabei, dass man auch das eigene Potenzial ausschöpfen soll. Und nicht, ja, wenn man alles, ja, vielleicht nur halbherzig macht und so. Also wie gesagt, das ist auch sehr wichtig, Mindset. Da bin ich auch, muss ich mir auch noch ein bisschen was anschauen, wie du siehst. Und Modul 1 ist dann zum Beispiel, wie man einen Traumkunden findet, das ist auch sehr wichtig. Ja, da gibt es auch so ein paar Sachen dann, die einfach sind. Partner-Link generieren, Affiliate-Link-Kloken, das ist für mich jetzt nicht so interessant. Und Premium-Support gibt es hier. Wie gesagt, es gibt ja auch die WhatsApp-Gruppe, welche ich eben angesprochen habe. Dort bekommt man auch immer super Hilfestellungen oder auch Tipps und Tricks, wie man verkauft. So. Dann gibt es dieses Modul hier mit Social Media. Dort sind hauptsächlich Instagram und Facebook-Hacks. Das heißt Hacks, auch Verkaufstipps, wie man das richtig macht. Und was auch der Hammer ist, hier gibt es jede Menge Instagram-Vorlagen, wenn man jetzt anfängt oder man weiß nicht, was man posten soll. Also da gibt es hier 50, ich glaube um die 50 Vorlagen sind das. Die brauchst du einfach nur posten, ein paar Hashtags dazu. Ich klicke jetzt mal einfach einen an hier, dass du siehst, was hier Sache ist. Wenn du die brauchst, kannst du dann einfach nur in deine Caption, das heißt also als Beitrag posten. Und dann hast du jeden Tag Content. Allerdings, das ist schon mehr wert, wie der ganze Preis von dem Kurs, welcher lächerlich ist. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Und dann gibt es da auch noch, was ich dir noch zeigen möchte, ist, dass es da ein Instagram-Verkaufshacks gibt. Also da gibt es quasi Akquise-Skripte, wie man Akquise in der Umsetzung macht. Also doch, das ist schon der Hammer, die Instagram-Follower-Strategie. Also, und dann gibt es Facebook-Traffic-Tipps und Hacks. Also alles dabei, wie man einen Blog, Content mit einem Blog erstellt und den auch als Traffic-Quelle nutzt. Foren-Beiträge, YouTube-Kommissare, Kommentare, also alles dabei. Das ist schon der Wahnsinn. Und das für einen kleinen Preis, also. Ja, was soll ich groß sagen? Ich bin eigentlich schon geflasht und auch fertig damit. Wie gesagt, dann gibt es hier noch über Snapchat ein kleines Video, wenn einem das interessiert, wie du Verkaufspsychologie aufbaust und so weiter. Exklusiv Amazon-Know-how. Also alles dabei und es wird auch noch erweitert. Alleine schon diese Wöschenschen-Calls oder dieses Coaching und das WhatsApp-Telegram-Coaching, da lernst du ja schon jede Menge, was immer up-to-date ist und neu und wir tauschen uns auch aus. Und ja, dadurch kannst du im Endeffekt nur fette Provisionen machen auf Dauer, wenn du dich ein bisschen hier ran hältst. Und wie gesagt, ich kann den Umsatz-Club nur empfehlen. Und ja, in diesem Sinne, liebe Grüße von Thomas Klusmann. Ich bin raus. Bis dann. Hol dir das Teil und klicke unter dem Video auf den Link und sei dabei. Ich helfe auch bei Problemen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du brauchst dich nur zu melden. Liebe Grüße. Ciao, ciao.